Liebe Impro-Freunde, da kommt was auf euch zu, denn sie haben eine Mission, sie sind cool, sie sind witzig und sie wollen euch begeistern. Am 31. August im Skala-Kulturspielhaus. Diese Spieler sind mit dabei. Freut euch auf Improvisation vom Allerfeinsten. Flipper 2019. Alles andere ist nur Theater. Und bitte. Alles andere ist nur Theater. Ja, vom Prinzip Pupen machen wir nochmal. Und was war schlecht vom Prinzip?